Seid ihr bereit? Klar, hast du den Ersatzreifen besorgt? Hm, nicht ganz das richtige Fabrikat, aber als Provisorium sollte er ausreichen. Seid ihr bereit? Unser Job ist erledigt. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Da bin ich wieder. Ich mach mich das wohl. Nein, versuch was anderes. Oh-oh. 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 Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo, sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okidoo. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Ah, hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist da? Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Wir wollen los. Hopp! Immer mit der Ruhe, Kind. Ich habe gehört, in der Garage gibt es gratis Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Ich gehe dann schon... Bis später. Das hier wäre ein prima Platz für meine Harke. Und zehn Frühstück und drehe. Wow, jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Hey, Alu! Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Kannst jetzt losgehen? Ich bräuchte ein Startkabel. Hast du eins? Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst deine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich laufe ja schon. Ich laufe ja schon. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Hm. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. H-W ist noch gut in Schuss. Ich werde dir... H-W verbraucht und trotzdem läuft und läuft. Ich bin nur eben... Spinn dich. Wollen wir verstecken spielen, Harvey? H-Wer ist da? Na, warte! Dich kriege ich! H-Wer bist du hin? H-Wer bist du hin? Hey, was hast du getan? Raus hier! Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zu bleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor. Die Garage. Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren.